The Overwatch is coming, because you messed up running. The Overwatch is coming, heroes never stop. Moin moin, Hero Maniacs, es ist Asha und ich begrüße euch am heutigen Samstag zu einem neuen Overwatch-Video. Freunde, da sprachen wir gestern noch über das Anniversary, das mögliche Datum, wann das Event startet und potenzielle Skins. Schon gab es über Nacht den ersten wirklich dicken Leak inklusive eines ersten Skin-Leaks. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, der brasilianische offizielle Overwatch-Twitter-Account hat heute Nacht den ersten Teaser für das Overwatch-Universary-Event auf Twitter aus Versehen hochgestellt. Ja, das Posting wurde zwar direkt wieder entfernt, aber natürlich, wie das nun mal so ist, das Internet ist schneller, nichts wird vergessen und sofort machte jemand eine Aufnahme davon, die auf Reddit landete. Vorweg sei dazu gesagt, ja, meine Spekulation von gestern scheint wirklich richtig zu sein, das Anniversary-Event scheint wirklich am 22. Mai zu starten. Und nicht nur das, ein offizieller Text im Trailer spricht davon, dass Items und Brawls aus vergangenen Events zurückkehren. Ja, ob das jetzt irgendwie nur eine unglückliche Formulierung ist, lässt sich natürlich relativ schwer sagen. Es könnte natürlich wie bei jedem Event sein, dass einfach damit die Items des Vorjahres aus dem letzten Anniversary gemeint sind. Da wissen wir ja, dass die zurückkehren und Blizzard quasi noch neue Anniversary-Items draufpackt. Trotzdem müssen wir beim aktuellen Wortlaut fast davon ausgehen, dass Blizzard während des Anniversary-Events dann wirklich einfach vergangene Brawls, wie zum Beispiel Lucio Ball, für eine kurze Zeit zurückbringen könnte. Und halt den entsprechenden Loot. Umsetzbar wäre das mit Sicherheit, wenn man eine Anniversary-Box anbietet, wo quasi nur Anniversary-Items drin sind. Und dann vielleicht eine zweite Loot-Box mit Stuff aus den anderen Events oder vielleicht einfach die entsprechenden alten Loot-Boxen zurückbringt. Ich weiß nicht, wie das laufen soll, aber naja, wir haben nun mal diesen Wortlaut und der sagt uns einfach, dass Items und Brawls aus vergangenen Events zurückkehren. Hier müssen wir mal warten, wenn wir uns dem Event nähern. Wie gesagt, ich habe ja spekuliert, dass spätestens nächste Woche Dienstag eh ein offizieller Teaser für das Event kommt. Und dann werden wir wahrscheinlich auch mehr erfahren. Für die meisten von euch ist es wahrscheinlich interessant, was mit dem Skin-Leak ist. Denn es wurde auch vorgestellt ein Piraten-Junkrat-Skin. Und ich habe den Skin gesehen und mich quasi direkt verliebt. Also richtig, richtig gut. Das mag daran liegen, dass ich momentan total im Piraten-Fieber bin. Ich mag ja unglaublich auch Sea of Thieves, ein anderes Spiel. Aber dieser Skin, wow, einfach nur richtig gut. Und ja, es schließt sich fast so ein bisschen dem an, was wir beim letzten Anniversary gesehen haben. Dass Blizzard sehr verrückte Skins ins Spiel zu integrieren scheint. Wir haben ja letztes Jahr den Power Ranger Genji gesehen und sowas. Und ja, scheinbar bleibt man diesem Motto treu. Ja, das war alles für diesen kurzen Morgen. Wenn es weitere Leaks gibt, werdet ihr es bei mir erfahren. Ich gehe ja nicht davon aus, dass das passieren wird. Tatsächlich ist das sehr überraschend, was heute Nacht passiert ist. Es gibt natürlich immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dieses Leaks sehr, sehr gut gefakt hat. Aber ja, davon würde ich jetzt persönlich nicht ausgehen. Man sollte das aber immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, ich gehe davon aus, nächste Woche Dienstag sollten wir den ersten offiziellen Trailer zum Event bekommen. Und ja, am 22. wie gestern schon von mir spekuliert, sollte es da mit dem Anniversary losgehen. Und ja, spätestens dann wissen wir mehr, was es auch mit den Brawls der Vergangenheit auf sich hat. Bis dann!